Gerade bei größeren Nahwärmenetzen mit Rauthermix als Beispiel kommt es in einzelnen Situationen, zum Beispiel im Anschluss von Gebäuden dazu, dass Standardfittinge nicht passen und wir dann besondere Lösungen finden müssen. Hier haben wir die klassische Situation. Wir brauchen einen Anschluss für ein Gebäude. Deswegen wird die Rauthermixleitung als erstes abgequetscht, dann unterbrochen und hier wird der modulare Fitting platziert. Anschließend wird die Hausanschlussleitung gelegt und ganz zum Schluss wird dann entsprechend die Abquetschung aufgehoben. Durch die Betriebstemperatur im Nahwärmenetz stellt sich das Rauthermixrohr wieder zurück in die Ausgangsposition ist einer der ganz besonderen Vorteile von den PEX-A-Rohren. Die Lösung seitens Rehau ist der neue modulare Fitting. Der modulare Fitting wird über das Konfigurationstool individuell passend für die Baustellensituation zusammengestellt. Dabei wird der modulare Fitting im Rehauwerk aus den einzelnen Übergängen zusammengesetzt, werkseitig verlötet und einer Dichtheitsprüfung unterzogen, sodass ein fertig erstelltes Bauteil dann just in time auf der Baustelle zur Verfügung ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017